oh ja ist noch eine truhe okay dann immer die noch mit ich kann gar nicht mehr dazu den anchor shot anzuwenden treasure acquired Da hinten noch mal ein Sammelpunkt. Okay, das Gebiet ist trotzdem ziemlich weitläufig. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal hier nach hinten. Und Nia hat Stufe 7. Nice. Richtig nice. Ja! Wir machen eine gute Team. Komm, noch etwas mehr. Das geht doch richtig fix hier. Ach, da hinten steht eine Truhe. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt umsonst hier. Oh, Spinnen, die hat... Oh Gott. Oh, die habe ich noch ganz, ganz böse in Erinnerung aus Teil 1. Oh, das ging tatsächlich. Sehr, sehr schön. So, ab nach oben. So, Janne. Kannst Du wollen. Okay. So, das geht todos. Diese Schatztruhe ist etwas anders als diejenigen, die du schon kennst. Das Symbol über der Truhe zeigt an, dass du das Spezialtalent einer Klinge benötigst, um sie zu öffnen. Auch wenn du es jetzt noch nicht aufbekommst, brauchst du nicht zu verzagen. Erweitere in den Harmonie-Ringen nur fleißig die Spezialtalente seiner Klingen. Dann wird dieser Schatz schon bald dir gehören. Okay. Okay. Good. Moment. Uh... Okay, muss ich mir später nochmal anschauen. So, okay, da oben ist der Nerfpunkt. Das ist die Hauptmission, von daher machen wir ja noch die Gegnerblatt, dann gehen wir noch bis dahin und dann müssen wir heute auch erstmal Schluss. Okay, time to take you down. I could take K of myself. Ow! Ha! Watch out! Let us make use of it now! I like your attitude. My lady, I would advise you to put more thought to your defense next time. I'll be fine. Offense is the best defense, right? What over here? No! We lost the upper hand! Nice. Eine harte Weste, okay. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Uh! Moment, bei ihr war ja der Muskelgurt hier. Geben wir ihn mit den hier. Was ist hier? Alles okay. Okay. Da muss ich jetzt noch mal有人 werden. Okay, war ja der под глаза. so hier ist noch so eine stufe findet fünf spinni mit was panzer irgendwas mit water ist denn Ach, das war kein Ausruf, oh ja doch, Panzerkamee, äh, generiert bei Heilung 14% KP zusätzlich, okay, na, mal gucken. Ich kenne auf die Kraft des Feuer! Wie die Hinterlesnicks. Okay, auf jeden Fall haben wir jede Menge verschiedene Sammelgegenstände, muss ich feststellen. Was haben wir hier? Cool. Oh. 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 Provinz Gormot. Oh. 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 Oh, my goodness. What a wonderful view. Spectacular indeed. Ja, das ist großartig, besonders nach dem Slummenit auf Gramps' back für so lange. Es hält dir gut genug. Over da, das Torregoth, der größte Stadt in Gormot. Ich werde dir so weit wie die Stadt. Nach dem, ich bin Angst, dass du dein eigen bist. Oh, auf uns selbst? Natürlich. Ich hätte gedacht, dass auch du, warum ich nicht mit dir gesehen habe. Weil... du solltest dich sein. Ich habe sie nicht sehr lange kennengelernt. Aber du kennst, sie sind noch meine Crew. Ihre Crew? Auch nachdem sie versucht dich zu töten? Das ist so, dass es. Vielleicht. Aber sie sind die naheste Sache, die ich mit einer Familie habe. Nia? Gut. Let's go. Na ja, gut. Wenn sie meint. Ausblicksügel. Sehr schön. Gut. Dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle werde ich hier erst mal beenden. Und ich werde hier ein kleines bisschen hoch leveln. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Hoffentlich mit Stufe 10 oder sowas werden wir dann sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Follow da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten schaut auch gerne bei meinen Partnern vorbei. Die findet ihr bei Twitch unten in den Panels. Und ansonsten über ein Like und ein Abo auf YouTube würde ich mich natürlich auch freuen. Auch da gibt es regelmäßig neue Videos und auch die Stream Parts. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.